Horst Naumann, 98, so trauert Florian Silbereisen um Traumschiff-Star. Er wird Millionen von Traumschiff-Fans als der unvergessliche Dr. Schröder in Erinnerung bleiben, Horst Naumann. Nun ist er im Alter von 98 Jahren gestorben. Witwe von Traumschiff-Star Horst Naumann, friedlich zu Hause eingeschlafen. Horst Naumann, 98, war seit den 80er Jahren eines der beliebtesten Fernsehgesichter. Seine Rolle in die Schwarzwald-Klinik und das Traumschiff, in beiden TV-Serien spielte er einen Arzt, bleiben unvergessen. Seine Ehefrau Martina Lynn Naumann bestätigt gegenüber BILD die traurige Nachricht vom Tod ihres Mannes. Mein Mann ist ganz friedlich zu Hause eingeschlafen. Wir haben an dem Morgen noch zusammen im Bett gefrühstückt. Und dann hat er dort noch mal ein wenig geschlafen, so wie er es immer gemacht hat. Irgendwann hört er auf zu atmen, ich war dabei. Er ist einfach rüber geschlafen. Neben seiner Ehefrau hinterlässt er einen Adoptivsohn. Horst Naumann ist bereits am 19. Februar verstorben. Florian Silbereisen nach Tod von Horst Naumann. Jetzt passt er von oben auf uns auf. Diese berührenden Worte findet der aktuelle Traumschiff, Kapitän Florian Silbereisen, 42, über den tragischen Verlust. Er war der Traumschiff-Arzt, der scheinbar wirklich über medizinische Kräfte verfügt hat. Durch seine beruhigende und souveräne Ausstrahlung konnte man vor dem Bildschirm tatsächlich entspannen, wenn er an Bord war. Er hat das Traumschiff auf diese Weise ganz entscheidend geprägt. Jetzt passt er von oben auf uns auf, sagt er zu Bild. Untertitelung des ZDF, Kapitän Florian Silbereisen nach Tod von Horst Naumann.